hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble ich bin heute wieder auf die Jagd-Atlantik und heute ist wieder das folgende Spiel Looney Tunes da haben wir das nicht schon mal gespielt also ja wir haben es gespielt aber was für ein Spiel haben wir gestern gehabt war es auch Looney Tunes ich glaube gestern hatte ich ein anderes Spiel oder ich weiß es nicht mehr ich hatte das Spiel auch nicht mehr weiter gespielt gehabt deswegen machen wir mal den Sound bisschen lauter so die Welt wir schauen uns mal die Welt an ok das ist die Welt es geht jetzt gerade hier runter da stehe ich wahrscheinlich oh Stufe 40 55 30 na gut was ist das tippen tippen tippe auf ein Looney wo ist ein Looney Tunes hier ich sehe keinen den sehe ich nein das ist es nicht ah machen wir so erstmal öffnen wir das hier Gold Gold ist immer wichtig einsammeln los dann mal gucken was ist das hier Kampagne 0 von 630 Liter so zu laden Bank zu weisen zu weisen da da zu weisen schon fertig ah 2 Stunden dann ok tuns feilt hier leuchtet eine 2 auf das heißt mit denen ist etwas ok der ist der höchste im Level dann machen wir bei dem mal hier und das Fähigkeit verbessern ok Ambos habe ich nicht gut und bei Silvester Junior machen wir mal ein Level Aufstehen der ist ja auch auf Level 4 also werden das ist 2 2 2 4 5 5 Na gut, ich habe die beiden Sachen gemacht, die Welt, jetzt gehen wir nochmal in die Welt rein Da ist also mein Haus Da oben, ich habe einen Brief gekriegt, wie schön Habe ich noch was? Nein, dann gehen wir mal nach Hause Bunny, du bist noch eins Ich habe 3000 Gold, das kostet 300, wie eine Herstellung Ach, ich kann ein Haus bauen Ist doch nice, oder nicht? Da geht es nicht, so geht es nicht, machen wir es so Hätte ich lieber ein bisschen weiter links drauf getan Genau, auf dem Fußweg Auffährt und Oder dahin Oh, drehen kann man es nicht Schade, schade, schade Ach komm, lassen wir ihn da in die Ecke Lass, bleib in die Ecke da Dann haben wir noch da, dann bauen wir für den auch noch ein Haus Ich weiß ja, wofür die da stehen Ich weiß ja, wofür die da stehen Geht nichts Ach, der Oum ist rot Geht es aber Und Silvester, hast du auch ein Haus Nein, das ist Nein, das ist Nein, das ist Okay, dahin So, jetzt habe ich hier eine Quest Aufwerten 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 Okay, das war's Es werden mal aufgewertet Und jetzt da Aufwerten Geht nichts Ne, 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 da geht nichts Und bei der Katze Aufwerten Auch nichts Ich habe kein Gold mehr Ich habe gerade mein ganzes Gold verballert Bei Bugs Bunny Oh oh Und Hm Ich kann die Arbeiten schicken Dauert 20 Minuten Aber wenn die jetzt 20 Minuten Arbeiten sind Kann ich mit denen dann noch was anderes machen Was kriege ich? Oh, eins haben wir ihn Nochmal Okay Den habe ich noch nicht Nochmal Oh, Silvester Oh, Silvester Den habe ich schon Jetzt geht das nichts mehr Da dreimal gratis Kostenlos Einsammeln Das war ohne Gold Hurra Da steht noch gratis Muss da noch was sein Ja Da Kannst du denn los? Ach Ich kann andere Spiele spielen Ich könnte zum Beispiel meine Spiele mit die Spiele Knüpfen Sag ich mal Weil ich habe ja Das habe ich drauf Das habe ich drauf Könnt ihr nochmal paar Diamante machen Na ja Machen wir Das erstmal wieder weg Ah Jetzt habe ich das ganz weg gemacht Nochmal kurz wieder rein Ich fahre doch gerade drüber Das dauert doch so lange So Hier ist aber wieder Ach, jetzt habe ich es auch noch geschafft Warte mal Ich mache nur mal zwei Minuten länger Levelaufstieg Oho Levelaufstieg Oho Levelaufstieg Bestätige mit neun Gold. Ich verstehe. Komm. Drei. Vier. Ich weiß Bescheid. Ich glaube das hat er mir auch ganz am Anfang des Spiels einmal gezeigt gehabt. Aber. So haben wir nochmal schnell gelendet. Vier, drei, fünf. Der Tank muss der Stärkste sein. Ist bei mir irgendwie immer so. Der Tank muss der Stärkste sein. Aber wenn der fällt fallen alle. Okay, okay, okay. Ist doch immer noch. Ach ich habe das falsch angeklickt. Ich habe den Vogel angeklickt. Ach ich will kein Geld ausgeben. Oh, hier kann man Gold kaufen. Auch nice. Also mit dem blauen Diamanten kannst du Gold kaufen. Und das Gold brauchst du irgendwie für alles. Also Gold wichtig. Einsammeln. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Komm, einen Angriff machen wir schnell. Auch wenn der Angriff jetzt ein bisschen unfair ist. Ich habe doppelt so viel Angriffskraft wie die da drüben. Aber. Wir probieren mal die neue Fähigkeit aus. Oh. Ein Geschenk. Ah, ihr müsst mich angreifen. Den Vogel. So. Der kann normal hochheilen. Ich kriege was mit dem Paddel. Drei kann ich nicht benutzen. Dann. Sieg. Heißt ja, ne? Okay. So, ich würde mal sagen, das war's für heute. Ach, jetzt kann man automatisch Sieg reinschalten. Einmal nochmal das gucken. Ah, jetzt kann ich das mal wieder so einsammeln. Ah, zweimal nur. Dann verschwindet automatisch Sieg wieder. Okay, gut. So. Aber jetzt, wenn ich trotzdem sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe mich gefreut, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr wiederkommt. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.